Frei von Schmerzen Einstmals verweilte der Erhabene zu Savati im Obstgarten im Palast der Migramata. Zu der Zeit nun war eine Enkelin der Visaka Migramata gestorben, die sie liebte und die ihre Freude war. Da kam Visaka Migramata zur heißen Tageszeit mit nassem Gewand und nassem Haar zum Erhabenen, brachte ihm ehrfurchtsvollen Gruß und setzte sich zu seiner Seite nieder. Wie sie an seiner Seite saß, sprach der Erhabene zu Visaka Migramata, »Warum, Visaka, bist du zur heißen Tageszeit hierher gekommen mit nassem Gewand und nassem Haar? Meine Enkelin, Herr, ist gestorben, die ich liebte und die meine Freude war. Darum bin ich zur heißen Tageszeit hierher gekommen mit nassem Gewand und nassem Haar. Würdest du dir nun wünschen, Visaka, so viele Söhne und Enkel zu haben, wie Menschen in Savati sind? Das möchte ich mir wohl wünschen, Herr, so viele Söhne und Enkel, wie Menschen in Savati sind. Wie viele Menschen sterben nun wohl, Visaka, täglich in Savati? In Savati, Herr, sterben täglich zehn Menschen oder auch neun Menschen oder auch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei oder auch ein Mensch. In Savati, Herr, findet das Sterben der Menschen kein Ende. Wie meinst du nun, Visaka, würdest du dann irgendwann und irgendeinmal kein nasses Gewand und kein nasses Haar haben? Das würde ich nie, Herr. Genug also, Herr, so viele Söhne und Enkel. Wer hundertfaches Liebes hat, Visaka, für den gibt es hundertfaches Leid. Wer neunzigfaches Liebes hat, für den gibt es neunzigfaches Leid. Wer ein Liebes hat, für den gibt es ein Leid. Und wer kein Liebes hat, für den gibt es kein Leid. Frei von Schmerzen, frei von Unreinheit, frei von Verzweiflung sind sie. So sage ich. Schmerzen, frei von Unreinheit. Untertitelung des ZDF, 2020